Herzlich willkommen im Immanuel Alte Geschichte. Mit diesem Blog können Sie die Welt der Antike entdecken. Von den Minoren, der frühesten europäischen Hochkultur auf Kreta, bis zum Untergang des Römischen Reiches wartet eine Zeitreise auf Sie, auf der Sie beispielsweise das Entstehen der athenischen Demokratie, den Asienfeldzug Alexanders des Großen oder aber auch Caesars Aufstieg und Fall nacherleben können. Das Wissen über diese faszinierende Epoche, die mehr als ein Jahrtausend lang andauerte, steht dabei als Teil der Open Educational Resources frei zur Verfügung. Zentraler Bestandteil des Blogs sind Podcasts, die auf anschauliche Art und Weise einführen in alle zentralen Epochen der alten Geschichte, von der griechischen Achaik bis zur römischen Spätantike. Alle Lernszenarien auf diesem Blog sind auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand. Sie wurden von einem Team von Althistorikerinnen und Althistorikern unter meiner Leitung an der Universität Hamburg und in Kooperation mit der Hamburg Open Online University erstellt. Viel Spaß beim Eintauchen in die Welt der Antike. Die Welt der Antike.